Paluten, ich glaub der macht im Jahr zwei Millionen nur durch YouTube mit einem Kanal. Wenn ihr denkt, ich oder Elias oder, keine Ahnung, Elotricks, wir sind erfolgreich. Das, was wir in einem Jahr machen, macht Paluten in zwei, drei Monaten. Ich glaub Paluten macht so viel Klicks wie Eli und ich zusammen. Bei Paluten läuft Diggi. Puh, wenn der will, der kauft mich. Ja, schmeckt ganz gut. Ich muss euch weglegen. Jetzt krieg ich Ärger. Paluten ist einer der korrektesten YouTuber, die ich kennengelernt habe. Also Paluten ist ein sehr korrekter Mensch. Er zählt seit Jahren sein Ding durch. Seit Jahren macht er in Ruhe sein Ding.